Ey, warum hier? Ganz so doof wie ich aussehe, bin ich auch, denn ich... Boah, das sah gerade aus wie ein Schwein... äh, ein Skelett. Das ist ein Schwein. Muss ich von mir jetzt machen. Ein Schwein sieht aus wie ein Skelett. Wie geht das mit dir? Nix. Das gibt's ja gar nicht. Endlich, ich muss das jetzt essen, ey. Ja, ich muss das jetzt essen. Muschst du das wirklich? Nee, du kannst es auch mehr recken. Es gibt immer eine andere Option, Marcel. Ach, weißt du, ich lauf jetzt zurück. Jetzt muss er in die Errichtung. Oh, ja. Lau, Forest, lau! Ich heiße aber leider nicht Forest. Skelett. Du willst Wald heißen. Ich weiß, dass Forest Wald heißen. Du weißt, dass Forest Wald heißt. Warum hinken das hier, ey? Das ist so... Du willst Wald heißen. Weil du... Glaub ich überhaupt richtig grad. Schwul bist? Nee, natürlich nicht. Ach Gott, nein. Warte mal. Ich glaub schon... Hä? Ich bin jetzt bei minus... 33. Ich bin ja total weit weg. Schon sind... Ich. Ach, da ist ein Village. Ich bin jetzt bei minus... ... und da ist ein Village. Wau, wau. Wau! Weißt du hier was, was ich brauche? Ja. Ich sehe was, was du nicht hießt. Und das ist... Meine Hand. Kann ich die abenden? Ja. Wie nennt man das jetzt? Ach, wann hängt das jetzt? Weizen. 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 So nennt man das. Weizen. Weizen? Nein, da bin ich nicht. Wie, bei uns? Bei uns? Bei unseren Bum Bum Dings da? Da kann ich mir Brot machen. Achso. Ich weiß, dass Tag ist. Ach, es ist wieder Tag. Gut, dann mach ich mir... Ach, kann ich ja nicht. Kraftingbox haben wir hier nicht. Waa... Das ist einfach mal so'n Riebel. Hahahaha... Hey, da geh ich wieder hin, ey. Hahaha... Ach, ich habe... Wie, Ey. Ist das noch Nacht, oder?! Sooo, die kommen nur nachts raus, aber die bleiben Tags über auch da. Toll... Jetzt bin ich da aber wieder hinlaufen. Ich will meine Sachen wieder haben. Ach man, kommt da einfach mal so ein Loch... Mach mich p9tt. Ich hoffe mal... Ne, nur wenn man drauf springt, gehen sie kaputt bei 1.1. Ja, wenn es da exodiert ist, dann ja, aber... Ich muss zwar jetzt sehr weit laufen, ich glaube, ich laufe nicht am Haus vorbei. Warte mal. Muss ich nicht. Weißt du, äh... So viel hatte ich jetzt auch nicht. Ich komme einfach jetzt zum Haus. Ach, leider, leider. Nein. Stirb. Da lang muss ich laufen. Da lang. Nein, da lang muss ich laufen. Krüger macht Bum Bum. Jetzt laufe ich richtig. So. Krüger hat Bum Bum gemacht. Könntest du, kannst du, hast du, hast du, ähm, Weizen jetzt? Dann könntest du mal die Schafe holen zu uns. Mit einem Weizen, die kommen alle, laufen alle, die hinterher. Mit einem Weizen. Wie? Ja, da mach'n Platten. Da draußen ist ein Creeper. Du hast zwei Pfeile. Du hast zwei Pfeile. Das Böse. Nichts mehr. Den habe ich vorhin für den anderen Creeper verbraucht. Dann sammle ich schon mal das alles auf, was du auf den Weg von mir vorkommst. Das ist ein Problem ab. Ach man, man muss sich durch ein Loch sterben. Nicht viel, also eigentlich alles, was ich so dabei hatte, alles, ähm, Kohle, die Hälfte von den Kohlen, ne. Sex. Nö. Irgendwas fehlt mir. Gut. Ja. Wir stopfen mal das Loch, das der Creeper gemacht hat. Weißt du, das Loch ist gerade da, um zu stopfen. Ach, hier sind, ah, hier sind wieder zwei Kürbisse. Immerhin haben wir Kürbisse wieder, die mir kaputt gegangen sind. Two. Oh mein Gott, Kürbiss. Two Kürbiss. Kürbiss. Nein, das ist noch was. Kamp. Ich glaube, ich bin jetzt wieder gleich richtig. Okay. Ach, du sagtest Schafe. Da müssen Schafe sein in der Richtung. Also hinter unserem Haus immer weiter. Ja. Da sind Schafe, aber ich bin in Richtung Schweine gelaufen. Ja. Das brauche ich nicht. Ich guck dir jetzt nicht nach. Ich glaube, ich will jetzt erst mal wissen, ob ich... Ach, Tino ruft an. Mach das. Ich gehe mal ins Haus und schreibe ihm. Nee. Oder soll ich ihn kurz in die Konfig führen? Ich glaube, wir machen jetzt sowieso gerne mal Schluss, weil das ist jetzt... Treffen uns im Haus und dann machen wir mal Aufnahmestopp. Ja. Oder ja. Jetzt, ich laufe irgendwie, entweder laufe ich falsch oder ich laufe immer außen rum rum. Jetzt lass ich es an, ey. Ich will jetzt zum Haus laufen. Bist halt doof, ne? Da lang ist, ey. Ja. 1,2,3,4,5. 1,2,3,4,5. 1,2,3,4,5. Und das und dann gehts. Ich habe das jetzt nur an, damit ich mich nicht verlaufe. Ja, ja. Du musst nur zu tun, um zu laufen. Jetzt bin ich bei 19,1 und ich glaube, es hinkt auch jetzt nur so schnell. Aber manchmal bleibt das Bild einfach komplett stehen. Einfach mal so. Und bewegt sich gar nichts mehr. Ich habe noch, ich habe ein neues Seed. Oh. Oh, 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 oh. Oh, jetzt gehts wieder. So, ich glaube, jetzt bin ich wieder da. Juh, ich bin hier. Ich bin da, vor dem Haus. Was hast du hier gebaut? Was hast du hier gebaut am Haus? Oh, yeah. Ah, raus. Du weißt, dass wir jetzt... Das soll dann erstmal das Gehege sein, solange wir noch keinen Zaun haben. Ach, ich bin da, endlich. Ah, geht doch. Ja, ich... Doch egal. Okay, so. Praktisch muss es sein, mein Junge. Jetzt nehme ich mal eins. Scheiß drauf, wie es aussieht. So, der... Wo waren diese Scheiß drauf, Kinder? Der Kürbis ist jetzt in der Kuh getrunken. Aha. Ich darf nicht so viel Scheiße labern. Kann sein. Vielleicht kommt gleich ein Kind dazu. Ich mach mir jetzt mal alle meine Sachen. Ich hab... Weiß ich nicht. Ach, meinst du auch ne Altersbeschränkung? Du musst jetzt wieder in die Hand nehmen. Also, wie mach das jetzt nochmal, dass die Schweine mir hinterher laufen und so? Muss sie halt in die Hand nehmen. Also, wie in die Hand nehmen? Dann die so... Ich weiß nicht, ob man sie anstupsen muss, oder ob das einfach nur... in dem Video sogar. Aber jedenfalls musst du zu denen hinlaufen. Dann gucken die dich an und laufen die die ganze Zeit hinterher. Ja, die laufen... Die laufen einfach nur. Ist hier Eisen drin? Genau, ich hatte Eisen dabei. Eisen ist weg. Elf. 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 Oder hast du das rausgenommen? Jetzt haben wir noch acht. Jetzt mach ich mir... Was mach ich noch machen? Ne Schippe brauch ich noch. Ey, los, jetzt. Komm. Ey. So, und dann... Was machen wir noch? Schippe... Ne Axt mach ich mir noch. Ne Axt. Ne Axt. Ne Axt. So. Das war jetzt erstmal alles. So, dann kommen wir jetzt mal zum Haus. So. Ja, dann komm ich auch. Ich laufe gleich um Haus zum Schafen machen. Ich glaube, du kriegst das nicht hin, nämlich die Sonne geht unter. Jetzt komm zurück. Komm zurück. Oh mein Gott. Komm zurück. Oh mein Gott. WTF. Ich baue dir noch Notunterkunft. 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 Und dann, wenn du sie fertig hast, werden wir dann... So, jetzt ist untergegangen. Gleich. Noch ist sie nicht untergegangen. Wie viel Glas? Da ist ein Creeper hinterm Haus. Na toll. Glück haben wir hier Glas. Mehr Glas haben wir nicht. Können wir nicht machen, oder wie? Ja. Ach, das ist doch scheiße. Sinkt. Kohle. Nix. Ja. Kohle nix, habe ich gesagt. Was? Kohle wichse? Aha. Ja, ich mach mir jetzt. Achso. Ich hab Schneeball. Mach ich wieder Wäsche. Yeah. So. Naja, hier kann mir eigentlich nichts passieren, oder? Ja, du bist ja Köln. So. Wir sehen uns dann... ...ein nächstes Mal. Und ich. Tschüss. Ciao. Hallo. Wir fangen wieder mit dem Let's Play an. Und vor mir steht ein Zombie. Hinterm Fenster. Ja. Also nur mal zur Erklärung. Wir nehmen jedes Wochenende halt mal so eine Stunde auf oder so. Und stellen sie dann jeden Tag immer nur einmal rein. Äh. Dass wir nicht jeden Tag. Dass wir nicht jeden Tag, äh, aufnehmen müssen. Deswegen begrüßen wir euch nicht bei jedem Video, weil wir nicht genau wissen immer, wann halt das nächste Video anfängt. Und das jetzt könnte bei, äh, jetzt noch beim letzten Video von der alten Staffel hintendran, in den letzten Aufnahmen hintendran sein, weil das Video zu kurz ist, glaub ich. Genau weiß ich nicht. Ja, also falls wir euch jetzt mitten im Video begrüßt haben, nicht drüber nachdenken. Ja. Wir sind nicht doof. Aber der Zombie ist doof, der hüpft hier gegen die Wand. Ähm. Ähm. Haben wir noch Nacht? Ja, wir haben noch Nacht. Äh, wo ist der Mond? Boah, ziemlich weit oben. Na ja, die Hälfte Nacht ist rum, weißt du. Ich guck, ach, ich muss mehr. Ist der Eisen? Ach, nur noch vier Eisen. Wo ist der Eisen hin? Äh, keine Ahnung. Äh, okay. Ich hab keins dabei. Ich hab ein Feuerzeug gemacht und gar nichts. Da hat du es dabei, aber das ist nicht gut. Egal. Das kriegen wir schon wieder. Das kriegen wir schon wieder. Ich glaub wir lassen diesmal alles in der Kiste drin. Nee, den. So. Es ist zwar noch Nacht. Aber ich versuch, aus meinem Einwandbunker rauszugehen und zum Haus zu laufen. Ach nein. Mist, hab keine Pfeile. Egal. Du hast ja überhaupt einen Bogen. Ja. Ja. Ach das. Ich benutze das Schwert. Schwert. Wow. Wow. Ich hasse es, wenn die Zombies so laut gestellt sind. Dann denke ich immer, die sind direkt hinter mir. Ja. 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 Ich helf. Ach schon wieder nichts zu essen hier. Ja. Unser Haus. Ich sehs. Ach ja, da ist ein Creeper. Pass auf. Ach, das ist doch scheinbar. Ja, solange er vor unserem Haus explodiert, passiert ja nichts. ja die wand geht nur kaputt aber sonst ja ich meine im sinne von weit vor unserem haus grüßt du da bist du da ist ein skelett achtung wo ist hier ein creeper war ja 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 ich gehe lieber weg da ist er doch ne wo ist er da steht eigentlich so ich hätte noch zwei gebackene fleisch wie viel leben hast du noch ich habe volle gesundheit und volle ich muss jetzt ja das geht doch wieso geht die tür auf das macht mir beides die ganze zeit wir auf der zoo Untertitelung des ZDF, 2020